Haube jäh! Haube jäh! Haube jäh! Putzt euch die Schwänze trocken und rein in die Socken! Wenn ihr mit dem Bettenbauern fertig seid, will ich, dass ihr zwei das Closet reinigt. Aber das ist alles andere als einfach. Was, Private Joker? Ich nehme an, ich hab mich da gerade verhört! Auf komplexe Fragen gibt es immer einfache Antworten, die falsch sind. Private Joker, ist das vielleicht ein Versuch, mich zu beleidigen? Alkohol oder Psychopharmaka. Ich stelle verdammt nochmal die Fragen hier, Private. Haben Sie verstanden? Auf komplexe Fragen. Ich stopfe Ihnen den Daumen aus! Private Schneewittchen! Private Schneewittchen, Sie sind gefeiert! Private Joker, ist von nun an neuer Gruppenführer! Ja? Abtreten, Saftsack! Private Paula! Sir, Private Paula, wählen Sie zur Stelle, Sir! Private Paula, von jetzt an ist Private Joker Ihr neuer Gruppenführer und Sie werden im selben Bett pennen! Er bringt Ihnen alles bei, sogar wie man richtig pisst! Alkohol! Was ist Ihre Ausrede? Alkohol oder Psychopharmaka? St unchanged Federa Skówif Bis zum nächsten Mal.